Deine erste Beziehung des Einsseins ist die mit der Erde. Mit der Erde in Kontakt zu sein ist wichtig. Für Hatha Yoga musst du, wenn du es dir leisten kannst, einen Raum einrichten, der mit Schlamm gefüllt ist, mit Lehm gefüllt ist. Darüber legst du entweder ein unbehandeltes Seidentuch oder ein Baumwolltuch, ein unbehandeltes, nicht sanforisiertes Baumwolltuch und du machst Yoga darauf, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Denn dieser Körper, du hast es vielleicht vergessen, aber der Körper weiß, dass er nur ein Teil des Planeten ist. Ich würde sagen, 80% deiner Gesundheit hängt davon ab, wie sehr du im Einklang mit der Erde bist. 80%? 80% deiner chronischen Beschwerden können einfach verschwinden, nur weil du ein wenig in Kontakt mit der Erde gekommen bist, auf der du gerade gehst oder sitzt?